Die letzte Uhr, die ich mir im Jahr 2022 zugelegt habe, ist die ProTrail von Zirkula. Dass ich ein großer Freund der Marke Zirkula bin, ist ja nun schon länger kein Geheimnis mehr. Die ProTrail ist für mich eine absolut mega gelungene Uhr. Zu dem, was Preis-Leistung betrifft, absolut unschlagbar. Jetzt, wo das Video ausgestrahlt wird, ist die Uhr etwas teurer geworden. Ich vermute, ich kenne die neuen Preise nicht zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Ich vermute, sie wird jetzt in der Richtung 1000 Euro am Stahlband liegen. Das Stahlband ist super klasse, wirklich schön anzusehen. Auch außergewöhnlich nicht das Band, was man bei vielen anderen Uhren sieht. Sie hat einen erhöhten Magnetfeldschutz, ein gehärtetes Gehäuse, 150 Meter Wasserdichtigkeit. Ein Gehäuse, was auch von der Seitenansicht her ungewöhnlich ist. Manche mögen das nicht, ich finde es grandios. Ich mag auch die Gehäuseform mit den Ecken und Kanten. Mir hat die Uhr so gut gefallen, dass ich mit dem Cornelius sogar bei der sandfarbenen ProTrail eine Watchmax Sonderedition realisieren konnte. Also das ist eine Uhr, die ich sehr gerne trage, die ich auch relativ häufig trage und von der ich persönlich glaube, dass es schwer sein wird, eine Uhr mit gleicher Eigenständigkeit, gleichen Features. Also ein mehrfach kantig geschliffenes Gehäuse, gehärtetes Gehäuse, gehärtetes Band, Magnetfeldschutz, Weicheisenkäfig bei gleichzeitiger hoher Wasserdichtigkeit und einer nicht zu hoch aufbauenden Uhr zu finden. Tolle Uhr, auch mit jetzt über einem Jahr Abstand. Eine Uhr, die mich begeistert, die nachts toll ablesbar ist, die sich am Arm gut trägt. Super. Und nach mehr als einem Jahr, die ich diese Uhr jetzt habe und auch in Verbindung mit der Sand Watchmax Edition, wird meine Begeisterung für die Uhr eher größer, als dass sie nachlässt. Das habe ich nicht so oft. Oft kühlt die erste Begeisterung etwas ab und es tritt so etwas wie Normalität ein. Hier genau umgekehrt, die Uhr ist ein Knaller bzw. das ganze Modell, die ganze Modellreihe ist ein Knaller und wird definitiv bleiben und wird auch weiterhin sehr viel Tragezeit bekommen.